Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu Stellaris, heute in einer neuen Aufnahmesession und der Babo ist auch wieder mit dabei, also nicht der Uwe, sondern der Babo und ich bin mir gar nicht sicher, was ich das letzte Mal gemacht habe, ich meine ich bin noch hier am Krieg führen, glaube ich, aber ich würde sagen wir können ja einfach mal hier loslegen und loslaufen lassen das Ganze und dann gucken wir mal wie es aussieht, genau, also ich war auf jeden Fall am Krieg, da müssen wir uns gleich mal überlegen was wir da machen, so ich muss mal gucken was habe ich denn hier, also ich habe erstmal Sozialforschung, da kann man erstmal, wir können ja mal, also pausiert, warte mal, ich muss einmal ganz kurz nochmal, zumindest die, ja das klingt doch schon mal gut, nach guten Sozialforschung, Ressourcenspeicher ist voll bei Mineralien, Ressourcenspeicher voll, das man noch erleben darf, das man dov gentlygraphiert, also bei Mineralien, Ressourcen然 zu Worten, Ressourcen zu Ende des Zug beds, und das ä безопасierte Gewoßen, Ressourcen Department vom Ah ja, okay. Okay, so. Stimmt, wir haben ja einen Verbündeten. Sind wir nicht verbündet sogar? Ne, wir waren nur in diesem einen Krieg, glaube ich, verbündet. Ach, das ist nicht mal mein Krieg, der ich nicht hier führe. Okay. Was hab ich denn hier noch? Ich will nicht her, Flutter. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Engaging enemy fleet Engaging enemy station Oh yeah Okay 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 Wo war das denn nochmal? Wo konnte ich nochmal den Einfluss generieren, beziehungsweise nicht generieren, wo konnte ich nochmal die Gebiete deklarieren für mich? Mann, 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 alles weg hier! Ähm, das war bei... Exposionsplaner. Naja, ne doch nicht, okay. Und wo sind da Ansprüche, okay. Jetzt... ... 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 Hey. Hey. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Einfluss. So, das merke ich gerade. Das war da, wo ich stehen geblieben bin. Ich mache ganz kurz mal Pause. Ich muss mal wieder ein bisschen was. Das ist nicht Pause. Verkaufen. Was ist nicht Pause? Ja, ich habe jetzt nochmal auf Pause gestellt. Aber ich habe doch auf Pause gestellt gehabt. Ich habe keine Ahnung, weil das Spiel lief scheinbar trotzdem weiter. Ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen laggy ist heute immer. Allgemein. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist oder ob das bei dir geht. Nee, tatsächlich noch nicht. Okay. Wenn ich jetzt die Flotte anklicke, dann dauert das immer einen Moment, bis da überhaupt was passiert halt und so. Nee, nee, das Problem habe ich tatsächlich jetzt nicht. Okay. Na gut, also von meiner Seite her können wir wieder. Okay. 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 Das war's. Das war's. Ja, das wird ja. Stimmt ja, ich war ja Psyonik. Das war's. Ja, ich war ja Psyonik. Ja, ich war ja Psyonik. Okay, ich glaub, jetzt seh ich auch kleiner Ruckler. Ja. Grad wenn ich die Schiffe im Hyperraum sehe. Ja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt so ist, ne? Wir haben Schlachtschiffe versucht. Kann das sein, dass das schnell nicht schnell genug ist? Oder ist das normal? Nee, es sollte eigentlich schnell genug sein, dass es nicht ruckelt. Wo kommen die denn plötzlich her? Ach, das sind die Penner. Ach, das ist da. Hm, hm. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Initiating communications Ich will keinen Status Quo Noch nicht zumindest Aber werde ich wohl wahrscheinlich machen müssen Das ist ja Rotz Oh no Oh Ach Scheiße Was ist denn Scheiße Alles Bei mir brennt die Hütte So richtig doll Ich hab das Gefühl Dass mich keiner lieb hat Technologie Spaceport under attack. Technology discovered. WM2 G1. Ft. WM2. WM2! WM2. Hm, welchen Katz und Maus spielen hier, das sag ich dir. Hm. Hm. Ah, das ist doch scheiße. Spaceport under attack. Oh, was hat er denn hier? Hm. Hm, toll. Jetzt wurde ich hier gezwungen, Frieden zu machen. Wat ein Scheiß. Wat ein Scheiß. Das läuft ja nicht gut hier. Okay, Ziel eines Kriegsgrunds. Friedensangebot ist mit Status Quo. Okay. Okay. So, dann können wir nochmal gucken, ob wir noch ein paar Ansprüche setzen können. Gut, das war's. Und an der Stelle war's das auch von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.